Hey Leute, hier ist er wieder, euer Manuel LP. Na? Oh. Äh, 26, äh, 14 sind 40, äh, 42, ah, bis 42 kann ich aufnehmen, okay. Ich habe keinen Timer mehr, leider. Das tut mir sehr leid, deswegen musste ich jetzt gerade meine mathematischen Kenntnisse rausholen und einfach mal hochrechnen. Mann, bin ich gut, einfach, einfach super toll bin ich. Ja, was werden wir in diesem Part machen? Ich kann mal ganz kurz einen Kommentar vorlesen, den ich gerade eben erst gelesen habe. Äh, warum farmst du in deinen Videos eigentlich immer so wenig? Ich will, dass du viel, viel mehr abbaust, alles andere ist einfach zu langweilig. Da hast du vollkommen recht. Allerdings finde ich, dass da noch ein bisschen Drohung drin fehlt in der Aussage. Ja, sowas wie, ich weiß nicht, alter, fahr mal mehr, bau mal mehr Stein ab. Wenn du im nächsten Part nicht mindestens 10 Minuten Stein abbaust, gucke ich dich nicht mehr. Das, das wären, das sind meine, oh, ich habe ja noch. Das sind meine Lieblingskommentare. Sowas lese ich jeden Tag ziemlich gerne von euch. Ja. So. Kurz ein bisschen abgebaut. Ich weiß gar nicht wofür. Das packen wir wieder weg. Hahaha. So, und jetzt möchte ich etwas wissen. Geht das? Das geht. Es geht. Ah, ja. Okay, gut. Hier hatte nämlich eine gewisse Person einfach die Trichter abgebaut aus Versehen und... Ja, war dann etwas überfordert, wie das geht mit den Trichtern. Aber ich glaube, die Kiste ist, ja, die Kiste, äh, das gehört, nee, das war doch nicht umsonst so schön. So, ja. Damit es auf beiden Seiten genau gleich aussieht. So ist das geil. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr miteinander verbunden. Oder? Doch. Ah, okay. Cool. Der Trichter merkt... Hör. An dieser Position bin ich gespeichert. Da war meine Kiste. Ich werfe einfach alles weiter dahin. Und deswegen geht das. Das ist doch dool. Das ist doch richtig dool. Ich sollte aber erstmal, bevor ich hier irgendeine Scheiße farme... Oh, ich habe heute keine Axt mehr. Äh, Äpfelzens, Äpfelzens. Okay, Äpfelzens. Lohnt sich überhaupt nicht. Da braucht er mir überhaupt nicht erzählen, Leute. Ich weiß, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Ach, Mann. Äh, aber ich mache es trotzdem. Ich tue es. Ich mache das. Mann! Oh, Manu. Komm, ein bisschen Stein rein. Sir. Sorry, es ist geil. Dann ab nach oben. Und den Amboss-Muffin nicht. Wann geht der denn mal kaputt? Geh doch mal kaputt. Geht das? Vier Level. Genau, vier Level. Natürlich. Oh, ich kann schlafen gehen. Sir. Das ist nicht dein Ernst. Warum habe ich denn keine Waffe mehr? Oh, Mann. Ich habe doch bestimmt noch was in meinem Inventar. Oh nein, nur die Geister sprechen wieder zu mir, Leute, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, den Push zu öffnen, den ich mir vorher extra dafür bereit gemacht habe. Danke, Dario. Hier ist Tolls für dich. Ich hoffe, du brauchst es. Delay. Danke. Und war sogar angebracht, denn ich brauche echt Holz. Ich brauche sehr dringend Holz. Das hat er auch in seinem Part gemerkt. Man kann mich halt nicht überraschen, außer man nimmt im Voraus auf. Das ist echt ein Problem, wenn ich so viel gucke von euch, Leute. Ich bin halt echt ein Gucker. So. Oh ja. Oh ja. Das brauche ich nicht. Ich habe keine. Habe ich was? Ich habe echt keine mehr. Och Mann. Das ist traurig. Ich hätte auch direkt mal schlafen gehen können. Aber nee. Ich habe es ja nicht nötig. So. Hiya, Bubu. Komm schon. Komm schon. Ja. Dann schnell nach unten. Und ein paar Menschen töten. Dann kommt mal her. Was geht denn hier ab? Hä? Alles Karotte im Flotty? So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alter. Was geht denn da ab? Richtig geil. Oh. Neun Level. Ja. Oh. Ne Spinne. Geh weg. Alter. Die hat mich getroffen. Wo kannst du das? Egal. Lass dich leben. Oder auch nicht. Okay. Komm. Jetzt kannst du auch sterben. So. Ein Schild ist auch mal ganz nett. Obsidian. Oh. Cool. Das könnte man hier oben mal verbauen. Mach ich jetzt aber nicht. Denn ich habe keine Zeit für sowas hier im Auge. Für den Augengott. Und. Dann. Bitscan. So. Kurz mal dahin. Und etwas abgeben. Erstmal füttern. Warum auch immer. Bringt eigentlich gar nichts. Aber egal. Ich tue es einfach mal. Ja komm. Ich gehe rein. Hier. Schnell. Krieg Kinder. Oh ja. Oh ja. Und ich darf zugucken. Ah. Jetzt ins nächste Gehege. Oder runterfallen. Geht natürlich auch. Am besten mit den. Warum so wenig. Ich dachte. Ihr habt. WTF. Habt ihr zwischendurch mal reingeguckt. Dann halt nicht. Aber ich habe ein Level bekommen. Achso. Zack. Werde ich eventuell nochmal für ein Deal brauchen. Beim Villager. Aber. Na. Ne. Brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich eigentlich nicht. Ähm. Genau. Das verbinde ich dann mal eben. Ich weiß. Es ist Verschwendung. Aber egal. Machen wir einfach mal. Weil ich es gerne mache. Und weil ich es gerne mache. Effizienz. Eins. Ja. Gut. Dann machen wir das mal kaputt. Ne. Alter. Alter. Ich dachte gerade schon. Hä. Wo ist denn die Baumfarm? Und dabei wurde die ja schon links umgebaut. Ja. So. Boah. Schon voll viel Zeit vergangen. Und einfach noch gar nichts hingekriegt. Im Leben. Zack. Och Mann. Ich hasse es. Och Mann. Ne. Oder. Nochmal. Ja. Nochmal. Genau. Alter. Werdet ihr groß. Und dabei war es gestern. Es fühlt sich sein. Wie. Als wenn ich die gestern. Ge. F. 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 Ich weiß nur nicht, ob die reichen, aber das sollte eigentlich reichen. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht einschätzen. Diese ganze Kacke. Vielleicht reicht das ja auch schon an Holz. Wer weiß das, Leute? Ich weiß es nicht. Ja, und dann minimal Stein. Das ist echt nicht mehr viel, glaube ich. Sollte man noch von hier aus sehen können. Na, okay, oder auch nicht. Ne, ist sogar echt... Ne, das ist nicht abgehaktet. Das ist einfach die behinderte Spitze da oben. Damit es so aussieht wie ein World Trade Center. Jetzt habe ich es gesagt, Leute. Hätte man halt echt noch etwas... ...tiefer bauen müssen. Länger bauen müssen. Hätte tiefer damit anfangen müssen, damit es größer, länger wird. Ah, da ist der Übeltäter. So. Mann, ich will immer das abbauen. Warum baut man das hier auch aus Holz? Das ist doch... Das ist echt richtig dumm. Das ist doch... Das ist doch dumm, oder nicht? Oh, Mann. Einfach mal alles neu pflanzen. So. Da ist auch noch was. Perfekt. Und ich habe Knochen. Das bedeutet, ich kann einfach mal eben hingehen und... ...die neu wachsen lassen. Und wenn das Knochen mir weg ist, dann... ...kann ich echt aufhören. Dann reicht das. Dann reicht das. Also nicht mit dem Part, sondern halt... ...mit... Hä? Okay, geht halt nicht kaputt. Ist gut. Genau, wachs nicht. Ist auch gut. Mit dem Holzfarm. Und anfangen mit dem Stein. Und wenn ich dann Stein habe... ...und das fertig gebaut habe... ...dann machen wir, glaube ich, erstmal was ganz anderes. Ich habe ja schon eine kleine Idee. Und wenn das getan ist... ...dann werde ich... ...dann werde ich... ...dann werde ich die... ...die Balkone bauen. Die ja immer noch fehlen. Teils. Oh. Sir. Ab nach... Nochmal? Komm. Ah. Weil ich gedruckt war. Okay. Zack. Ja. Geht. Locker, easy wie Kokain-Deal. Ach. Guck mal. Da wechselt auch schon von alleine. Das Wunde der... ...der Natur. Die Pfauna und die Fauna. Flora, Pfauna. Flora, Fotofodora. Ich habe früher in der Schule immer von der Flora und Stadona gehört. Und das ist dann, dass das wächst. So viel habe ich gelernt. Ja, ja. Fadona und Stadona. So. Ich baue euch ab. Und wieder hin. Und wieder hin. Und wieder hin. Und wieder neu. Alter, wenn das so einfach wäre. Im sogenannten Relipf. Ey. Das wäre krass. Der Regenwald wird heute ganz anders aussehen, glaube ich. Wartet. Hallo. Ist ja alles fertig? Also, ich sehe da nichts mehr. Ja, komm. Das reicht. Obwohl. Oh, Mann. Ja, ich baue das jetzt einfach mal so halb ab. Einfach, damit ich die Axt noch loswerde. Na. Da lasse ich einfach so. Macht da keinen Unterschied. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich nur die Krone da lassen würde. Genau, Sand. Vermutlich vom Voting. So. Und ich hatte ja mal damals gesagt, dass jeder sich 30 nehmen kann. Da hat Izzy auch schon nichts gemacht. Vor allem jetzt haben wir, glaube ich, nochmal 64 mehr Sand als zuvor. Eigentlich kann man sagen, jeder kann sich 50 nehmen, weil sowieso nicht alle, weißt du, was brauchen vielleicht sogar schon ein Stack oder so. Aber ich nehme jetzt einfach mal 20, weil ich mir ja schon mal 10 genommen hatte. Dann habe ich auch 30, genau wie der Izzy. Beziehungsweise hat er ja 31 genommen. Genau, währenddessen das dann brät, gehe ich hier hin. Und packe schon mal ein bisschen was weg, falls irgendwas passiert. Kann ja sein. So, ja. Sehr gut. Und beim nächsten Mal könnte ich dann eventuell, ist das jetzt rausgeflogen oder? Ne, sah mal so aus. Eventuell ein paar Fragen beantworten. Oder mit irgendwem anders aufnehmen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir wirklich nach oben gehen. Aber eventuell können wir auch schon in der nächsten Folge nach oben gehen. Ich habe ja schon ein bisschen Stein und ich glaube nicht, ich kann das nicht mehr einschätzen. Ich muss nochmal den vorletzten Part gucken und ja nochmal abschätzen, wie viel Stein da ungefähr fehlt. Sir. Zwei Minuten haben wir noch. Außer ich habe mich am Anfang des Parts vollkommen verrechnet. Was durchaus sein kann. Äh. Hä? Wie die Leute mir auch in den Kommentaren geschrieben haben, dass der Cobblestone von Herr Bergmann kam. Oh, das habe ich doch erwähnt. Ich habe das nicht erwähnt. Das klappt schon. Manuel, du weißt doch, dass der Stein in der Truhe des Steingenerators du abgebaut hast. Erstmal geiler Satzbau. Ne. War ich das? Ach, ihr meint mit den Steinen. Meint ihr gar nicht die Steine in meiner Wohnung? Sondern die Steine, die, äh, in dem, in dem Generator hier eine Kiste drin stecken. Ah. So. Okay, das erklärt einiges. Jetzt macht wieder alles Sinn. Aber gut, ich würde sagen, adwart. Wennet, wenn ihr den Part bewerten würdet. Wir sehen uns dann morgen. in der letzten Runde Min-Tarft-Schnura? War das richtig? Weiß ich nicht. So, Mensch-Navtora. Ja gut, bis zum nächsten Part.